Okay, letzte Frage. Endlich! Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Heh heh, nicht dein Ernst, oder? Ich musste um die 21 Fragen beantworten. Du starrst mich jetzt seit inzwischen 15 Minuten an und du weißt immer noch nicht, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin? Bitte, beantworte einfach die Frage. Hm, Junge. Gut, ich werde nun deine Punkte zusammenrechnen und so mit, in welches Pokémon du wirst. Ja, ähm, du wirst ein Bisasam. Ein Bisasam? Ach, komm schon. Kann ich nicht stattdessen ein Pikachu sein? Hm, nein. Bye! Junge.